hallo und bonjourno zu einem neuen video auf meinem kanal tipps tricks kurioses und wissenswertes kurz gesagt ttkw mein name ist susch finsens und heute geht es um diesen bellarini messer block mit fünf messern und einer schere ich habe dir das produkt unten mal verlinkt kannst mal reinklicken kannst du nähere details infos sowie den preis dazu abholen ja wir haben ein garniermesser mit der klingenlänge von zehn zentimeter wir haben ein universalmesser mit einer klingenlänge von 13 cm wir haben ein kochmesser mit der länge von 16 cm wir haben ein fleischmesser mit der länge von 16 cm wir haben ein kochmesser in der länge von 20 cm und ein brotmesser auch in der länge von 20 cm jedes messer hat einen kunststoffgriff und ist mit diesen nieten dekor ausgestattet dann haben wir noch eine allzweck schere welche ja zum verkleinern von allen möglichen dingen ist das ganze in einem echten holzmesser block die messer haben eine ausgewogene gewichtsverteilung und ergonomische griffe so dass diese wirklich richtig gut in der hand liegen und man damit sehr gut arbeiten kann natürlich sind die klingen aus rostfreiem edelstahl man kann diese gut schärfen und somit sind diese lange haltbar zu schärfen von messer und scheren verwende ich diesen messer schärfer welche ich euch bereits in einem anderen video vorgestellt habe welcher wirklich richtig gut funktioniert und ja das video kann ich euch gerne mal im anschluss noch mal einfügen man zieht hier einfach dreimal über diese fläche eine genauere erklärung gibt es aber wie gesagt in einem anderen video welches ich euch anhefte und schon sind eure messer entsprechend wieder geschärft und wie scharf diese messer sind das testen wir jetzt an einer tomate aus und damit der ein oder andere zuschauer sich nicht wieder berechtigterweise aufregen muss verwende ich natürlich dieses mal ein kunststoff brett ja und wir fangen mal mit dem ganz normalen kleinen garniermesser an also wir kriegen hier richtig hauchdünne scheiben runter ohne dass wir uns hier groß anstrengen müssen also ihr seht das schneidet wirklich super gut natürlich habe ich es frisch geschärft und genauso ist das natürlich mit den anderen messern also wir fahren hier einfach entlang und schaut mal ohne probleme hauchdünne scheiben also ich bin mit diesem messer block wirklich sehr zufrieden wir verwenden ihn seit ungefähr zwei jahren und ja diese ganzen messer lassen sich wirklich perfekt nachschärfen und somit kann man diese hervorragend für jede küchenarbeit verwenden ja von daher mein fazit ich bin absolut zufrieden damit ich habe euch den messer block so wie hier steht mit den ganzen fünf messern und natürlich der schere unten mal verlinkt kannst du mal reinklicken kannst du weitere käufer rezessionen sowie natürlich den preis und weitere details abholen wenn du noch fragen hast schreib sie in den kommentaren ansonsten danke ich dir fürs zuschauen ciao und arrivederci dein zos vinzenz und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste video an was ich dir hier eingefügt habe und bestimmt auch interessant für dich ist bis gleich im nächsten video